Wir retten diesen Energie-Nexus ab und beenden diese Farce, sonst werden sie alles Leben auf diesem Planeten vernichten. Denken Sie daran. Sie klingen ja richtig prophetisch. Ist das Absicht? Das wäre ja sehr passend. Dann retten wir jetzt mal die Menschheit, okay? Alles klar. Legen wir los. Pass auf dich auf, Michael. Und die auch, oder was stimmt mit deren Augen nicht, ey? Habt ihr euch wahrscheinlich verprogrammiert, schätze ich mal. Oh yeah. Ups. Hier landen. Da ist er. Der Furt in Hydro-Namen. 500 Megawatt, die direkt in das Höhenverteidigungssystem von Cell fließen. Cell hat seine Kräfte auf die Kraftwerke verteilt. Ist deine Entscheidung, wie du die Sache angehst. Guck mal, wo das ist, ein Problem für dich, hier unten durchzukrabbeln. Das ist ein Problem für dich, hier unten durchzukrabbeln. Und dort ist Cell's Energie-Nexis. System X. Wenn wir den Damm abschalten, sind Cell's Abwehrsysteme nutzlos. Können Sie keine Energie von System X umleiten? Es ist nicht im selben Netz. Wozu der Damm? Wenn Sie mit System X eine unerschöpfliche Energiequelle haben. Redundanz? Oder macht Ihnen vielleicht irgendwas an System X Angst? Okay, Psycho. Wie gut kennst du diese Leute? Können wir ihnen trauen? Und was sollt ihr Ausraster wegen meines Anzugs? Sie hasst Anzüge. Keine Ahnung warum. Ich frag nicht nach. Ich weiß nur, ihr Team hat mich aus dem Skin-Labor geholt. Sie hat mich gerettet. Okay. Die Treppe ist blockiert. Wir müssen den Lift zum Laufen bringen. Dann machen wir. Können wir das hier nehmen? Vielleicht das Licht sogar? Ja. Oh, ich sehe meine Beine. Ich sehe meine Beine. Ich sehe meine Beine. Meine Beine. Meine Beine. Meine Beine. Meine Beine. Brauchst du Hilfe? Was ist das denn gerade? Nein. Verpiss dich. Ja, ja. Okay. Da durch. Ich bin okay. Dann bleib wohl nur noch ich. Scheiße. Okay. Romeo 1, ich übernehme die Kontrolle. Ich brauche einen Link in den optischen Ausgang des Nano-Suits. Over. Alles klar. Aber nur, solange es nötig ist. Kann ich hochkommen. Damn you. Da muss man auf jeden Fall hin. Da muss man auf jeden Fall hin. Das geht gut an. Alle mal Ehre. Laut Geheimdienst. Ah, scheißt auf. Wir sind absolut sicher, dass der Blech mal in diesem Quadranten ist. Ihr wisst, was er vorhat. Der Damm wird sein Primärziel sein. Wir sind im Radarschatten von Hades. Das heißt, keine Kanonen. Es liegt an euch, ihr Haarschlöcher. Also haltet euch an dem Plan. Macht keinen Scheiß. Und sichert euch gegenseitig. Noch Fragen? Was ist der Sinn des Lebens, Sergeant? Sieh mich auch, Gommes. Und jetzt gehen sie da raus und holen sie sich seinen Kopf. Tankfeld aktiviert. Oh, das ist noch einer. Nein, 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 nein. Deswegen wollte ich eigentlich gar nicht abschießen, den Pfeil, aber gut. Hallo, Zoom. Hallo, ich bin jetzt hier. Hinter... Ah ok, das wusste ich gar nicht, wenn das auch... ...machen kann. Tarnfeld aktiviert. Was war denn das da für Viecher? Vorwärts, wir müssen ihn ausräuchern! Oh Mann, wie viele das sind! Findet dieses Rassel und macht ihn kalt! Hä? Was ist das? Hä? Hallo? Nice! Warte mal! An alle Einheiten! Hier wandert jemand rum! Schwärmt aus und findet ihn! Kontant! Ein Achterladen kommt! Ein Achterladen kommt! Ein Achterladen kommt! Okay! Oh jee, oh jee, oh jee! Tarnfeld aktiviert! Jetzt hab ich ja nicht mehr so wahnsinnig viel Munition von meinem... ...Bogen! Was war das? Scheiße! Los Granate! Granate, Granate! Oh jee, oh jee, oh jee! Oh jee, oh jee, oh jee! Oh jee, oh jee! Tarnfeld aktiviert! Tarnfeld aktiviert! Tarnfeld! Tarnfeld aktiviert! Tarnfeld, Tarnfeld, Tarnfeld! Tarnfeld aktiviert! Tarnfeld, Tarnfeld, Tarnfeld! Tarnfeld, 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 Tarnfeld! Na? Noch mehr! Jetzt kann ich immer wieder die ganzen Pfeile wiederholen, schätze ich mal. Gehen wir jetzt da runter, oder nicht? Ja, normal. Ich dachte jetzt anders übrig. Wow! Ist noch nicht schlecht aus hier. Aber ich will erstmal meine Pfeile wieder haben. Schöne Cover. Wo sind denn meine ganzen Pfeile? Oh oh. Dann wird aktiviert. Aufpassen! Ihr ist unsichtbar! Aufpassen! 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 Den werde ich immer so... Oh! Wir müssen ihn raustreiben! Gehen wir! Durchschneiden! Gehen wir! Gehen wir! Ah! Ah! Oh yes! Christ! Aber ich möchte gerne meine Pfeile und meine Munition wieder haben. Wie viele sind denn das? Ich brauche meine Bögen. Da sind das viele hier. Jetzt habe ich irgendwo mal mehr Munitionen. Ich brauche meine Bögen. 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 Ich brauche meine Bögen.